Hallo und herzlich willkommen bei RedDogGamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute wieder das Spiel. Merge Ward about Dragon Games. Okay, mal starten. Also da das Spiel von Merge ist, ist das so ein Spiel mit drei Sachen zusammensetzen und ja, was größeres dann rauszukriegen. Da bin ich mal gespannt, ob ich dann hier auch das Spiel dann speichern kann. Weil das habe ich jetzt noch nicht gespielt. Die Auflösung ist auch ein bisschen doof. So eine kleine Auflösung. Aber das soll uns nicht stören. Super. Ah, so. Okay. Nicht der Finger muss drauf sein, sondern der Drache. Da geht das nicht. So, dann machen wir mal drei Kugeln zusammen. Dann haben wir einen Stern. Video anschauen. Nein, das ist einmal überspringen. Ich würde sagen. Genau. Eigentlich stimmt nicht denn Armour immer so. So Okay Das sind drei, das sind vier Das war noch nicht fertig Das war noch nicht fertig Ja Das war noch nicht fertig Da ist so eine Bronzemünze und da hinten Das war noch nicht fertig Ah, da ist noch eine silberne Münze Genau Jetzt habe ich hier noch zwei Goldmünze Schöne, die blaue brauche ich auch noch Goldmünze gibt es nicht mehr Da ist noch so eine Eiche Okay, der ist jetzt am Schlafen Dann Können wir hier erstmal nichts mehr machen Ah, doch, jetzt ja Okay, das war es auch schon wieder Das ist hier eine Pflanze, die habe ich hier auch nochmal Das, das, das Die Da habe ich ein Ei Okay Ich muss die Bäume verschmelzen Das ist hier Das ist hier Das ist hier Das ist hier Komm doubt Los, noch Einen Das ist hier Super, super, äh, vielleicht später. Das war jetzt die neue Runde. Ich finde, solche Spiele kann man immer schön mal zwischendurch spielen, aber längere Zeit, ne, da würde ich sagen, lieber nicht. Wow, ich habe nur noch eine Minute. Okay, okay, okay. Okay, Katis, Katis, der kostet Geld. Achso, ne. Wow, nur einen Stern geholt. Was waren die anderen Sterne? Zeitlimit 30 Sekunden. Boah, in Ordnung, ich probiere es. Wo bist du, Drache? Ah, jetzt hängt er hier fest. Scheiße. Wie soll man das in 30 Sekunden schaffen? Abgeschlossen. Wow. 16 Sekunden. Tut mir leid. Ich kann es nochmal probieren mit 16 Sekunden, aber auf Plätze, fertig, los. Zeitlimit 30 Sekunden. Was? 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 Zeitlimit 30 Sekunden. Zeitlimit 30 Sekunden. Nee, 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 nee. Nee, nee, ist zum Hafen, wir gehen zurück zum Hafen. Schau mal nach, was da jetzt los ist beim Hafen. Wow Erobern Und down Shane Okay, jetzt haben wir einmal diese Blume Ah hier, da Da unten den Bräunig Der ist wichtig Oh hier Erobern Da geht noch nicht, da brauche ich 5 Drachen für Okay, kein Problem Ach da ist doch eine Kupfermünze Scheiße Weg mit denen Jetzt geht der schlafen Ne, noch nicht Okay Nice, nice Jawohl, der nächste Drachen Okay 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 Da ist ein Erdhaufen Da ist ein Erdhaufen Noch eine Kugel Und da ist ein Erdhaufen Noch eine Kugel Und da ist ein Erdhaufen Das ist ein Erdhaufen Und da ist ein Erdhaufen Was? Lager ist voll. Okay. Ich bin schon weiter als ich überhaupt spielen kann. Ich komm da ja noch gar nicht mehr hin. Dann machen wir hier mal die Diamanten hin. Den Geldhaufen schmeißen wir auch mal dazu. Da wird spätestens so ne Pflanze. Die werden dann zu der, die wird zu der und die wird zu der. Sind alle am schlafen. Oh nice. Oh ein Baum. Habe ich doch auch hier so einen Haufen. Da ist doch der Haufen. Ah. Die fütter auch noch. Ein Lagerfeuer. Mit dem Lagerfeuer kann ich Sachen abfackeln. Bestimmt hier den da. Das Skelett kann ich bestimmt nicht abfackeln. Hier ist noch so ne lila ne Münze. Also ich bin die Beine auf. Okay. Der geht nur da hin. Gut. Dann ist alles jetzt so. Münze. Dann kann ich jetzt auch glaube ich gar nichts mehr machen außer die Spiele. Probieren wir den nochmal in 16 Sekunden. Boah. Das wird übel. Ach. Vor allem da das Bild auch so kleines. Start. Zack. Putter du was. Schneller. Ich muss das anders machen. In Ordnung. Andere Idee. Ich führ den Ding ins frei. Ich führ den Ding ins frei. Ja. Läugelschaft. Jawohl ja. Ah, warum sind die Vierde weg? Ah, ich kann nicht mehr spielen, nochmal zurück zum Hafen, ich habe mir was geschenkt Gratis, wow, und dann ein neues Luftschiff Was soll ich denn da machen? Ich kann tauschen, ich will nichts tauschen Erobern, Erobern Und den jetzt noch, BAM, da fehlen wir noch 2, 15 Drachen, 11, erst den wahrscheinlich dann Wie, das jetzt auch schon wieder? Ok, komm, den machen wir da hin Hören wir ein bisschen auf Oh, meine Frau ist online mit TikTok Gut, die brennen da ruhig Warte mal, kann der Baum brennen da hinten? Jawohl Das war der dazu Das war's Das war's Das war's Das war's Neues Gebäude Ah ne, ist kein Gebäude, ist eine Kiste Okay, okay, okay Ich warte 10 Minuten Oh, da ist eine Wasserpfütze Ja, da ist noch eine Wasserpfütze Noch eine Asche Noch eine Asche Ein Erdhaufen Das wird wieder ganz schön voll hier Eieieiei Eieiei 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 Da ist noch eine Wasserpfütze Okay, ist groß Noch eine Wasserpfütze Noch eine Wasserpfütze Boah Also wenn das so klein ist und ich benutze ihn auf dem Großen Ist er sofort müde Gut zu wissen Hier fehlt noch eine Wasserpfütze Nein Dann Musik Kannst du Oh, Pizze. Okay Leute, ich denke mal, das war es jetzt für heute. Ich müsste jetzt 80 Minuten hier warten, 6 Minuten da warten. Ich könnte jetzt nur noch diese Dinge einsammeln, da ist noch einer, schau was kommt raus, so eine Blume gebe ich da. Na, brennt das nicht ab? Brennt das nur bei offenem Feuer? Na gut, das war es dann für heute. Verlassen wir das Spiel. Schauen, ob es nächstes Mal noch da ist. Ansonsten, keine Ahnung. Ticket abholen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. 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 Ciao.